ja ich habe ein ganz klar idee weil ich denke nicht dass ich sie sehr wichtig und vielleicht neue autorität was ist wichtig ist dass wir lernen problemen zusammen zu lösen zusammenarbeit es ist schwierig wenn leute probleme mit kindern miteinander konflikte arbeitsplatz schule familie das ist schwierig dass wir haben das gefunden dass leute finden dass sehr schwierig probleme zu lösen wir brauchen einfache idee was kommt uns hilfe zusammen zu lösen und alle idee sind alle die ideen die funktionieren geben resultat alle diese ideen sind wie sagt man gold 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 sind gold ja das ist mein großes interesse alle mit ich bin immer so ganz interessiert alle methoden dass ich ich kann denken das kommt ein besser problemlösungsstrategie sein so mein mein favorit immer war diese lösungsfokussierte idee wo man eigentlich spricht nicht über problemen das ist sehr einfach idee dass man immer versucht sprechen wie wünschen wir dass die situation morgen morgen gestern ist gestern und wir sind interessiert was passiert morgen und das ist leicht das ist wirklich weiter für leute für leute für kinder jugendliche alle leute sprechen gern über eine bessere zukunft als was ist schon passiert gestern das ist fast unmöglich ein gute konstruktive diskussion zu haben und dann denke ich dass alle diese neue ideen dass ich habe gefunden neue autorität lösungsfokussierte diese sind dieselbe idee wenn wir wünschen etwas verändern dann wie können wir miteinander sprechen so dass wir gute laune haben und respektvolle diskussion was denkst du was hast du für idee wir denken dass die situation ist ein problem ist problematisch und wir denken konnte besser sein wenn es so war statt was denkst du was hast du für idee ich denke du bist ein ganz klug person jeder mensch der mensch der mensch der mensch der mensch der mensch hat dieses gefühl ich bin wichtig ich bekomme respekt die leute hat mir eingeladen weil sie denken eben nicht dass ich schuld gegenteil sie denken ich bin so einfluss wichtig person und das ist ein kompliment kompliment dass ich ein einwand und bekomme und das ist vielleicht mehr ein haltung als ein technik aber zuerst muss man technik lernen und hoffentlich wenn man lernt dann gut gesprächstechnik hoffentlich beginnt man verstehe das ist ja ein haltung ich kann alles sagen was ich wünsche wenn ich habe die richtige haltung und diese neue autorität denke ich lösung scharf lösung scharf lösung fokussierte systemisch alle diese sind nur ein bisschen so ideen du kannst so reden probieren probieren wir mal so reden sehen wir wenn das gut klingt dann beginnen wir verstehen diese neue haltung also respektvolle haltung ich bin so ich war immer interessiert verschiedene methoden und ich bin die ganze zeit so ich lese viel und ich bekomme ideen von hier und da und da und da und ich habe ein ein filter nicht nur interessiere mich für diese gemeinsame zusammen zusammenarbeit ist mein mantra ein ein